Okay, das hat keine Auswirkungen auf irgendwas später. Okay. Ich hätte das jetzt schon gedacht, weißt du, wenn du halt dann irgendwie die Party vergisst oder sonstiges, ne, dann, ne, ne? Du, dann wäre die aber aggro gewesen. Ja, und du nicht, ne? Bei dir würde das dann furchtbar aussehen, Norbert. Oho! Ach nee. Sorry, Dark Souls-Einspielung. Ähm, was haben wir da? Beziehungsstatus in einer Beziehung. Happy, happy, joy, joy. Tödliches, ja gut, das ist das Scamber. Hallo, Victoria. Kostüm Central, Variety Gothic Outfits für Frauen, Größen 0,0 bis 20, wie sieht denn 0,0 bitte schon aus? Ist das dann für, keine Ahnung, ich habe nicht mal mehr eine Wirbelsäule, so dünn bin ich? Ich frage ja nur, ich kenne mich damit nicht aus. So, was haben wir da? Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, du solltest tun. Das hatten wir, das hatten wir auch gelesen, okay. Hier noch was? Und das ist so damn cute, wie viel Dana ist in dieser Halloween-Party. Trevors Jacke. Trever ist mir selbst komfortabel. Und das Cheerleader-Outfit. Ja, das kennen wir alles. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, wir kennen das alles. Haben wir alles schon mal gesehen. Und hier die, wie hießen sie, Pompons, einfach mal an der Wand nageln? Nein, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Sind ja nicht so das Deko-Objekt schlechthin. So, hier, irgendwas Neues, Biolot und Campus. Das haben wir auch gesehen. Ja, okay. Duschen, betreten. Hey Kate, was geht ab? Hey Kate. Ja, aber warum nicht? How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Boah, die ist ja voll fertig. Hey, ehrlich, man sieht das in ihren Augen, ne? Die ist einfach nur fertig. Wir haben auch gestern gesehen, wie sie da einfach nur in ihrem Zimmer sitzt und einfach nur weint. Tut einem ja schon leid. Was haben wir denn da? Ach ja. Die Krippe. Tamponspender. Und das Schwimmer-Team. Genau. Okay, dann haben wir hier eine Dusche. Out of order. Hier ist, keine Ahnung, ist da jemand drin oder ist hier einfach nur zu? Ich habe keine Ahnung. So. Noch irgendwas, was ich irgendwie übersehen habe oder so? Ich weiß nicht. Da steht noch was an der Wand. Rachel is a whore. Und rat mal, wer das geschrieben hat. Zum Glück haben wir unser Duschzeug dabei. Unsere Coutule-Täschchen. Was ist, Kate? School. Das ist es? Das Video von dir Clubbing war nicht so wie homework. Victoria, das war nicht ich. Oh mein Gott, genau. Don't be shy. Ich denke, es ist toll, dass du ein Tung record set hast auf Video. You're going to be sorry someday. Oh boohoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup. I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Jetzt ist halt die Frage. Ja, Kate's Buch besorgen wir ihr. Erstmal hier waschen. Oh, ist da tatsächlich noch jemand am Duschen, ja? Okay. Ähm. Ansehen. Die Frage ist, ist das tatsächlich Kate dann auf dem Video oder ist das einfach nur jemand, der so aussieht wie sie und keine Ahnung. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. So. Einfach mal gelöscht. Wie ist das jetzt, wenn wir jetzt hier weiterhin die Leute jägern? Nee, können wir gar nicht. Wir können gar nicht wieder das Waschbecken hier anmachen. So. Aber der Link muss ja nicht überall da zu sehen sein, ne? So, dann holen wir mal das Buch. Schön, dass ich schon weiß, wo hier das Zimmer ist von Max. So schlimm ist es schon. Ich fühle mich hier schon fast wie zu Hause. Was? Na, super. Fotos. Das ist auch, wenn's verstörend ist, immer noch eine Form von Kunst. Ja. Kunst ist halt Ansichtssache und es liegt am Hohger des Betrachters. Äh, können wir wegpacken. Erstmal aufräumen. Liegt das da jetzt? Ja, okay. So, was haben wir hier? Okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass es Victoria gewesen ist und nicht Nathan. Aber gut. Wie kriegen wir denn das denn jetzt weg? Ich hab keine Ahnung. Schreibtisch. Können wir durchsuchen. Hm. Wo könnte denn dann das Buch sein? Hier beim Papier. Und hier. Oh. So. Was? Das können wir überspringen. Dann können wir das Glas bewegen. Gehastige Limonade. Das ist schön. So. Damit hätten wir dann ihr Buch. Was haben wir hier noch? Achso, das sind nur die Filme und sowas. Okay. Die Schublade. Nicht, dass da irgendwie was drin ist, was wir nicht haben wollen. Okay. Das ist die Uhr. Und wir können uns umziehen. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even the wine time. Tja. Ist halt so. Ne? Und jetzt haben wir wieder, ach, hübsches Reh da vorne. Hübsches Reh. Exakt. So. Ähm. Kate wohnt doch, glaub ich, hier. Was? Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Sei ruhig da hinten, du kleiner Boss. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Jetzt bekomme ich anonyme Gefahr. Es wird nie endet. Das muss von Nathan sein. Aber es könnte jemanden sein. Ich wäre besser hier überprüfen, oder ich könnte in riesigen Gefahr sein. Wenn ich nicht bereits bin. So, jemand da? Ja, ich bin hier. Komm in da. Und sie sitzt da und ist voll fertig. Was hast du denn hier? Betreff, ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells bezüglich eines Party-Videos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an. Damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder unsere Mieke gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Ich bin am überlegen, was ist denn jetzt? Ne, können wir nicht zurück, okay. Hätte ich jetzt sonst am Laptop irgendwie nochmal probiert, ob dann der Link, den wir da hatten, tatsächlich, falls wir das irgendwie eintippen hätten können oder sowas. Einfach nur, um zu sehen, ist es denn sie oder was macht sie da fertig. Ist es einfach nur ein Video, wo sie dargestellt wird, was sie aber gar nicht ist oder sowas. Ihr habt keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ja, vielleicht. Kate's Art ist perfekt für ein Kindesbuch. Alles sieht so lustig und kaltvoll und positiv aus. Ja, sie selbst sieht nicht sehr positiv aus. Eine Violine. Letzte Woche war dann dieses Porno-Video oder was? Sicherheit statt Treue. Egal wie sehr... Ja gut, das kennen wir alles. Die Bibel. Matthäus 11, 28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sprüche 21, 15 Es ist den Gerechten eine Freude zu tun, was Recht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Ja, ja, die Bibel. Ich habe gehört, es ist Bestseller. So, ein Foto. Verdammt, es ist die all-amerikanische Zombie-Familie. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht in so einer Familie groß geworden bin. Nee, im Ernst. Es ist viel zu emo in hier. Kate ist nicht so schmerzig. Bis jetzt. Da haben wir einen Haufen gerümpelt. Kate ist meistens immaculat. Für sie muss das ein Pigsstai sein. Ja, sie ist auch so fertig, dass er da nicht mal mehr irgendwas machen kann. Die Frage ist, ob sie jemals wieder lächeln wird. Was haben wir denn hier? Das sind viele Teile. Sie wird durch die Boxen gehen. Ja. Toll, Kerzen. Kate hat wirklich einen doting Vater. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes 1, 5 Katie, du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmungen und Küsse, Papa. Ein weiteres Foto. Ja, jetzt weißt du es. Oder Kaninchen? Brühen. Ah. Foto. Eigentlich macht man das nicht so direkt so vor den Tieren. Dann erst mal Foto. Das ist nicht gut für Tierchen Augen. Ein Bild von mir. Hey, ich versuche meinen Kopf zu benutzen. Ach nee, das ist Jesus. Entschuldigung. Aber, ne. Hat schon Ähnlichkeit. Ne, er ist ein bisschen schmächtiger als ich. Aber sonst, ja doch, kommt schon hin. Ich verstehe, warum man mich vergleicht mit Jesus. Vom Äußerlichen. Nicht vom Mentalen. Um Gottes Willen. Entschuldigung. Äh. Oh ja, wie konnte sie verdammt das sagen? Nein. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsch. Man kann es auch übertreiben. Wenn man aus einer strengen christlichen Familie kommt, da ist es kein... Ja. Könnte sein. Ich hab keine Ahnung. Aber mir gefällt das. Mir gefällt das. Ne, und jetzt haben wir eigentlich nur noch Kate, die völlig am Boden zu brauchen da liegt. Ich hasse diese Idioten. Ich hatte keine Wahl. Ja doch, ich hasse diese Idioten. Ich mag es nicht, wenn Leute gemobbt werden. Was ist mit dem Video? Sollte ich es mir mal ansehen? Wird ihr sein können? Wird ja sein können? Wird ja. Wird ja sein können. Klingt nicht nach dir, das ist grauenhaft. Es klingt nicht so wie du. Ich kann nicht sehen, dass du mit Victoria partieren möchtest. Ich habe nicht. Du musst mir sagen, dass du mehr davon erzählst. Was hat bei der Party passiert? Habt ihr trinkt? Ich versuche zu Gott, ich hatte eine Sipp rote Wein und dann trinkte ich Wasser. Bist du sicher nicht genug, um betrunken zu sein? Bist du sicher? Bist du sicher, dass es nur eine Sipp war? Ich nehme eine Sipp in der Kirche und ich endet nicht auf einem fervollten Video. Okay? Hat jemand dich trinkt? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Dann hat Nathan Prescott gesagt, er würde mich nach dem Krankenhaus nehmen. Nathan Prescott. Der Panel. Nathan Prescott? Oh, Scheiße. Er war nett für eine Veränderung, als er mich geholfen hat. Ich erinnere mich. Er ist das Gegenteil von Nice. Was ist weiter? All ich erinnere mich, ist, dass ich mich lange fahren bin. Dann habe ich in einer Runde gewöhnt. Ich dachte, es war ein Hospital, weil es so blöde und blöde. Geh auf. Ich höre. Niemand sprach mit mir in eine softe Weise. Ich dachte, es war ein Doktor. Bis ich hörte Nathan und fühlte ein Sting in meinem Kopf. Und? 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 Das ist alles, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, was passiert. Ich wundere mich in meinem Dorm Room den nächsten Tag. Ich hatte keine Marken oder Brüßes, aber ich fühlte mich gross. Also, wer hat das Video von dir gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Victoria. Sie war da, als sie sein, sie selbst. Jesus, Kate. Ich entschuldige mich. Das ist echt blöde. Wie habe ich ein Video viral gemacht? Ich weiß, dass es bereits spüren ist. Was, wenn meine Kirche sieht das? Ich muss wissen, was ich machen. Kate. Wir werden es herausfinden. Ich werde nachher nachher schauen. Danke, Max. Du kannst mein Buch hier, neben mir. Meeting. So schnell irgendwie hinter das Licht geführt. Und sie ist völlig am Boden zerstört. Man sieht da einfach, wenn sie halt so entsprechend wiederhalten, einfach nur die Tränen halt runterkollern, beziehungsweise runtergekollert sind und einfach nur noch, weißt du, so Schluchten von Tränen ergüßen, einfach nur hinterlassen, das ist einfach nur schlimm. Packen wir das Buch mal zurück. Immer. Wir müssen erstmal nach Beweisen suchen. Wenn du das tun hast, dann werden sie dir nicht glauben. Du bist auf Video, auf alle diese Leute, und sie werden das gegen dich benutzen. Schade. Aber ich weiß, dass ich getrennt habe. Das ist das, was du hast zu zeigen, nicht sie. Ich sage dir, wie die Körpers in der Schule sehen werden. Das Video ist nicht genau so, dass du dich aufhörst. Du macht mich so, dass du so glücklichst. Nein, nein, Kate. Ich habe nur noch nicht mehr gebeten. Das ist nicht möglich, in diesem Moment. Sieht nicht so aus, als wäre das jetzt sonderlich hilfreich gewesen. Frage ist, ist das mit der Polizei jetzt so viel besser? Warum? Warum? Nichts, except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal. After getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Hm. Das ist, äh... Schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil das eine ist halt, wir stehen hinter ihrer Entscheidung, hinter dem, was sie halt haben will. Und das andere ist eigentlich so das Vernünftige. Das halt, was sie nicht hören will, aber was eigentlich so das Richtige ist, um halt das vernünftig anzugehen. Und deswegen würde ich echt fast sagen, wir nehmen das andere auf, wenn ihr das nicht gefällt. Oder? Zur Polizei gehen oder nach Beweis suchen? Hinter ihr stehen oder eher die Realität entgegen klatschen? Das ist nicht weit, äh, nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Nein, dennoch wollen wir natürlich der Kate irgendwie helfen. Naja, nur wenn sie jetzt halt zur Polizei und zum Rektor geht, wird ihr keiner glauben. Und das macht sie dann noch fertiger. Wir suchen nach Beweisen. Das, was ich auch zuerst gewählt hatte. Ja, das macht sie zwar auch fertig, aber es ist aus meiner Sicht halt die bessere Variante. So. Chloe hat mir in der SMS geschrieben. Max, Essen. Two L's. Seh dich da. Brich dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Smiley. Keine Emojis. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. So, hier. Juliet, hallo. Hallo, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Uh, warum? Why should I? Because it's fucking hilarious. Churchgirl gone wild. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Bist du sicher? Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Ja, das sieht doch schon mal vernünftig aus. So, was mit dir? Let's talk later, Max. Okay. Warte, da war noch was. Achso, nur das Papierknöllchen. Ah. Klopfen. Ich bin wach! Hm. Poster haben wir gesehen. Hier ist halt Out of Order. Kate's Zimmer. Victorias Zimmer. Natürlich auch keiner da. Natürlich nicht. Und hier? Auch nicht. Hm. Wir müssen halt jetzt natürlich irgendwie Informationen sammeln. Und was halt da genau passierte. Ja. Ne, ist nichts Neues drin. Hätte ja sein können. Gut. Knut. Vielleicht können wir jetzt mit ihr hier vernünftig reden oder sowas. Hast du den Schnee gesehen? Äh, noch nicht. Nein, nicht überhaupt. Er ist mein Freund, nicht meine Mutter. Wahrscheinlich. Und Warren liebt wirklich, mit der Meteorologie mit mir zu sprechen, weil ich bin einer der wenigen, die zurückgehen können. Ich spreche mit dir später, Max. Taylor ist natürlich im anderen Zimmer. Ich klopfe nur auch nochmal dran. Natürlich nix. Okay. Und hier ist Stellas Zimmer. Immer noch. Boah, weißt du, es ist schon, keine Ahnung, wir haben jetzt hier eine Nachricht bekommen, kurz vor acht. Und die will immer noch schlafen. Immer noch. So, und wir sind mal wieder draußen hier. Da, wieder der tolle Hausmeister. Vogel! Nicht diesmal sterben. Wie auch immer, wir beim letzten Mal irgendwie den Vogel sterben lassen. Ich hab keine Ahnung. Tiere, ganz tolle Tiere. Hast du den Schnee gesehen? So, was hast du dir gedacht, über den Freak-Sno-Shower gestern? Ein anderes Messer von der Erde, um unsere Scheiße zusammenzubringen. Ich will sagen, dass Samuel nicht so etwas wie das gesehen hat. Tiere. Das ist eine Sache, die ich wirklich liebe, über Arcadia Bay. Es sind all diese coolen Tiere in der Forrest. Die Zwiebeln kommen immer in der Morgen. Für Essen. Ich sah einen Reh. Ich sah einen Reh. Aber ich sah einen Reh, der mir nach mir sehen, wie es versucht, um mich zu kommunizieren. Oh, das ist dein Gehirn, Gehirn. Nichts, dass wir da sind, außer dass du dich gesehen hast. Es könnte ein Zeichen über dein Gehirn sein. Was weiß ich? Also ich hätte ja irgendwie Angst, wenn dann die ganze Zeit jemand so mit mir reden würde. Und er dann so... Ja, ich bin der Chamoy. Eichhörnchen sind meine Krafttiere. Hm. Ja, das ist natürlich... Toll. Ja. Also ganz ehrlich, da würde ich dann irgendwie... Keine Ahnung. So. Der Schraub sieht gut aus. Samuel weiß seine Farbe. Ja. Weiß Bescheid. Wir haben noch hier... Eichhörnchen gesehen. Der ist jetzt nicht mehr hier. Die Dose dazu ist jetzt auch weg. Natürlich schön. Haben wir hier in diesem tollen Raum hier noch irgendwie was zu tun? Aha. Okay.